Zahnwinners sind eine beliebte Methode, um das Aussehen von Zahninen zu verbessern und ein strahlendes Latschellen zu erzielen. Doch wie genau erfolgt der Erhalt von Zahnwinners? Zahnwinners sind hauchte ein Viertel Ne, meigefertigte Schalen, die dauerhaft auf die Vorderseite der Zahnie geklebt werden, um verschiedene asthetische Probleme zu korrigieren, wie Z. B. Werfarbungen, unregelmeiige Formen oder la ein Viertelzeiten zwischen den Zahninen. Der Erhalt von Zahnwinners erfordert einige Schritte und regelmeiige Pflege, um sicherzustellen, dass Sie lange halten und Ihr Aussehen behalten. Der erste Schritt beim Erhalt von Zahnwinners ist die Beratung und Planung mit einem Zahnarzt. Ihr Zahnarzt wird Ihre Z. A. nie untersuchen, um festzustellen, ob Sie ein geeigneter Kandidat F. A. ein Viertel R. Zahnwinners sind und mit Ihnen A. ein Viertel B. e. R. Ihre asthetischen Ziele und Erwartungen sprechen. Auf der Grundlage dieser Informationen wird Ihr Zahnarzt einen Behandlungsplan erstellen und Ihnen erklären, was Sie während des Prozesses erwarten kann Ihnen. Nach der Beratung und Planung beginnt der eigentliche Prozess des Erhalts von Zahnwinners. Zuerst werden Ihre Z. A. nie leicht abgeschliffen, um Platz F. A. ein Viertel R. die Winners zu schaffen, und dann werden ab 3. ein Viertel C. K.I. Ihrer Z. A. nie genommen, die zur Herstellung der maigefertigten Winners verwendet werden. Dieser Prozess kann einige Wochen dauern, währenddessen tragen Sie Temporary Winners, um Ihre Z. A. nie vor R. ein Viertel Bergen zu Sch. ein Viertel C. K.I. Wenn Ihre maigefertigten Zahnwinners fertig sind, werden Sie auf Ihre Z. A. nie geklebt. Ihr Zahnarzt wird sicherstellen, dass die Winners perfekt passen und Ihr strahlendes Latschellen verbessern. Nachdem die Winners angebracht wurden, wird Ihr Zahnarzt Sie polieren und A. ein Viertel Berbra ein Viertel Feen, um sicherzustellen, dass Sie richtig sitzen und gut aussehen. Nachdem Sie Ihre Zahnwinners erhalten haben, ist es wichtig, Sie richtig zu pflegen, um sicherzustellen, dass Sie lange halten und Ihr Aussehen behalten. Es ist wichtig, regelmaige Zahnarztbesuche zu machen, um sicherzustellen, dass Ihre Winners in gutem Zustand sind und um eventuelle Probleme frei einviertelseitig zu erkennen. Ihr Zahnarzt wird auch empfehlen, spezielle Produkte zur Pflege von Winners zu verwenden, um sicherzustellen, dass Sie sauber und gesund bleiben. Es ist auch wichtig, auf Ihre Mundhygiene zu achten und regelmaig zu putzen, zu flossen und zu spa ein Viertel LEN, um Zahnbelag und Karis zu vermeiden und die Gesundheit Ihrer Zahnarzt und Winners zu erhalten. Vermeiden Sie auch harte oder klebrige Lebensmittel, die Ihre Winners beschadigen kann, und tragen Sie bei Bedarf einen Mundschutz, um Ihre Zahnarzt vor Verletzungen zu schar ein Viertel sehen. Insgesamt ist der Erhalt von Zahnwinners ein effektiver und dauerhafter Weg, um das Aussehen Ihrer ZANI zu verbessern und ein strahlendes Latschellen zu erzielen. Mit der richtigen Planung, Pflege- und regelmaigen Zahnarztbesuchen kann Ihnen Sie sicherstellen, dass Ihre Winners lange halten und Ihnen ein selbstbewusstes Latschellen verleihen. Abschlieeind ist es wichtig zu beachten, dass der Erhalt von Zahnwinners ein individueller Prozess ist, der FA ein Viertel er jeden Patienten unterschiedlich sein kann. Wenn Sie daran ein Viertel BER nachdenken, sich Zahnwinners machen zu lassen, ist es wichtig, mit Ihrem Zahnarzt zu sprechen, um herauszufinden, ob Sie die richtige Option FA ein Viertel er Sie sind und was Sie erwarten kann Ihnen. Wenn Sie Ihre Zahnwinners erhalten haben, ist es wichtig, Sie richtig zu pflegen, um sicherzustellen, dass Sie lange halten und Ihr strahlendes Latschellen erhalten bleiben.